So und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Wir haben das erste Artefakt gesammelt und sind hier weiterhin nicht alleine. Hallöchen Dominik. Hallöchen Dominik. Was? Okay, wir können uns jetzt aussuchen, wohin wir denn reisen. Drei Orte haben wir, Südseeinseln, London oder Neverda. Ja, wir nehmen aus bestimmten Gründen Neverda. Dominik weiß nicht warum, ich werde es ihm nach der Folge sagen. Ja. Hat nämlich sehr gute Gründe, hat eventuell was mit dem Ende von Neverda zu tun. Oh Gott, da ist eine Schlange. Oh, die ist so süß, die ist so klein. Sweet. Sweet. Okay. Machen wir denn hier die Geier? Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ganz egal, ich erschieße dich. Das gefällt mir. Tod. So, okay. Das gefällt mir auch. Dann speichern wir mal zum ersten Mal hier in Neverda. Was ist denn das erste Level von Neverda? Wüste von Neverda. So. Ich bin schockiert. Das hätte ich nicht erkennen können, da das hier die Wüste von Neverda ist. So. Wie gesagt, ich bin schockiert. Okay, Speedruns, Strats sind hier wieder mal Onfleek. Oh Gott! Man nennt mich ja manchmal Elgato. So. Aber schon, was uns Armee Lara zählen kann. Ihre neue Hose hat es ja schon gezeigt. Ja. Das sieht gut aus. Schön blau. Okay, ähm, da unten sehen wir Leichen. Ich möchte auch mal auf den anderen Safestate speichern, damit wir hier bloß nicht, ja, irgendeine Kacke bauen. Bloß nicht. Das können wir gut Kacke bauen. Ja, ich, äh, mir ist schon mal passt. So, Gott! Gott, das war ein Zett. Das war Jet Li. Der hat hoffentlich... HAH! Jet Li! Das hab ich verdient. Du hast überhaupt keine Lacks mehr. Das hab ich verdient für den Spruch. Beim zweiten Mal ist es nur noch halb so cool. Naja. Und auch noch nur noch mehr halb so überraschend. Ja, der Ton, der war wichtig. Wenn das Vieh schon tot ist. Dann ergibt das jetzt richtig viel Sinn. Äh, gut. Äh... Ha. 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 Ein großes Medi-Kit. Das nehme ich gerne. Wir sind damit bei drei großen Medi-Kits. Ähm, können wir da hinten hinspringen? Ist this a possibility? No, it isn't. Oh. Das sah schön aus. Ja. Das nehme ich mal einen langsamen Tod. Ja. Gut. Das, äh, können wir glaube ich laden. Ein sehr langsamen Tod anscheinend. Nochmal. Ich glaub, das können wir laden. Ähm. Ja. Was wollen wir denn hier eigentlich? Nicht nochmal runterspringen. Ich fahre nach Nevada und frage erst vor Ort, wieso ich eigentlich in Nevada bin. Blöverdänksweit, ne? Aaaaah. So. Okay. Kann ich hier überhaupt etwas machen? Außer das Medi-Kit sammeln. Scheiße. Oh, ich bin so blöd. Okay. Alles gut. Ich bin doch nur ein bisschen dumm. Ähm. Gut. Kann ich eigentlich? Nein. Aber hier ist ne... Spange. Ich bin vergiftet. Ist jetzt nicht etwas, was ich wollte? Besser als Trebsand? Ja. Bedeutet trotzdem einen langsamen Tod. Also. Nicht, wenn ich mich jetzt heile. Aber es wäre langweilig. Danke, Lara. Okay, komm. Ähm. Pass auf. Und gleich finde ich, äh, ein... Speicherkristall. Also ein Heilkristall in... ...der PC-Fassung. Nein. Jetzt zieht trotzdem immer noch Speicherkristalle. Ähm. Das ist kein Speicherkristall, Bruder. Meinst du? Ja. Da ist das Stacheldraht. Nein. Das ist ein Speicherkristall. Boah. Ich hab's auch noch gesagt. Ich weiß, dass das Vieh schon längst tot ist, aber... Ja. Ja. Das war mein Frust. Hast du in Ordnung? Mann. Ich hab's doch noch gesagt. Wenigstens... ...hab ich das Medikit wiederbekommen, also... ...kein Verlust. Füllen sie es in meinem Kopf. Stirb. Bist du schon tot. Ich wu-ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich... 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 Ich weiß, warum ich die Fackel angemacht hab. Ich weiß genau. Kennst du mittlerweile das Spiel? Oh. 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 Ich weiß, dass Kräuter sein immer noch dafür. Wer tut das nicht? Also, ich. Aber ich spiel das Spiel ja nicht. Noch nicht. Sei es noch nicht. Ich hab's nicht vor. Nein. Sicher? Ja. Okay, dann. Sehnlich sicher. Sehr sicher. Ja. Hatte ich anderes in Erinnerung. Tja. Hast du was haltes in Erinnerung? Ich dachte wohl jetzt das äh... Angel of Darkness noch bringen. Ach, weißt du wat. Weil's cool aussah. Ähm... Das ist jetzt nicht wirklich das, was ich wollte. Ähm... Das ist jetzt nicht wirklich das, was ich wollte. Ähm... Gleichzeitig bin ich mir aber auch sicher, dass es... nicht der richtige Weg sein kann. Denn da tut weh. Äh... Ja. Ähm... Gut. Ach komm. Ähm... Einmal möchte ich's machen. Gut. Äh... Killcounter nochmal ein bisschen hochgepeitscht. Immer wieder schön. Oh Gott. Wollte es jetzt aber auch nicht übertreiben. Ähm... Ja... Ähm... Ich äh... Komm da aber nicht wirklich ran. So, ich bin mir sicher, dass das... der richtige Weg sein muss. Irgendwas wird das da schon sein. Es äh... fühlt sich richtig an. Aber auch sehr schmerzhaft. Ach man, Lara, du sollst da drauf gehen, damit du ein bisschen rutschst. Ich... Ich will das jetzt so schaffen. Ich probier das hier... so lange, bis ich... tot bin. Dauert wahrscheinlich nicht mehr lange. So. Nein, Lara, du bist doch blöd. Das machen wir nicht. Ja, nein! Letzte! Habte, habte, habte! Nein! Okay. Laden war. Das funktioniert offensichtlich so nicht. Okay. Woodlaver. Hast du gewonnen? Den Punkt lass ich dir. Ausnahmsweise. Hm. Aber irgendwie müssen wir ja da... hinkommen. Oh Gott. Hast du gewonnen. Ja, nack. Du hast mich kein Licht. Ich habe nicht aufgewTwitter, wie du, als Du bist, Geht. Ich würde mich einfach mal. Dauert.